Frontal 21, Aspekte und das Morgenmagazin sind nur einige Formate, die täglich im ZDF-Hauptstadtstudio produziert werden. Am Samstag hatten junge Medienmacher die Möglichkeit, ihre eigene Studiosendung aufzuzeichnen. Teil dieser Produktion war das sechsköpfige Moderationsteam unter der Leitung von Wolf-Christian Ullrich, der vom Musikwissenschaftsstudent zum Moderator wurde. Ich moderiere eine Sendung, die heißt Login, immer mittwochs, 22.30 Uhr auf ZDF-Info. Das ist eine crossmediale politische Talkshow für jüngere Zuschauer. Ich moderiere manchmal das ZDF-Morgenmagazin und ich habe auf ZDF-Info noch eine eigene Dokumentationsreihe, die heißt Ullrich protestiert. Da können wir viel über das ZDF reden. Viel wichtiger finde ich bei dieser Sendung Login, dass die jungen Menschen die Möglichkeit haben, durch unsere Sendung mit den Entscheidern ins Gespräch zu kommen und zu diskutieren. Dass Politik nicht etwas ist, was nur in Berlin irgendwo hinter verschlossenen Türen stattfindet, sondern ihr zu Hause habt die Möglichkeit, mit der Politik, mit der Wirtschaft, mit den Entscheidern zu sprechen, eure Meinungen auszutauschen, eure Positionen auszutauschen und über die wichtigen und relevanten Fragen unserer Zeit zu diskutieren. Ihr seid nicht irgendwie zu Hause, sondern ihr seid auch Mitglied dieser Gesellschaft. Ihr redet auch mit. Eure Stimme muss auch gehört werden und wir bieten euch bei Login die Möglichkeit, das in dieser Sendung zu tun. Das Fernsehen ist ja nicht einfach, was wir machen, einfach nur, in Anführungsstrichen, etwas aufs Programm bringen, sondern es ist ein ganz, ganz breites Feld mit sehr, sehr unterschiedlichen Berufsgruppen, die hier gemacht werden. Und jede Berufsgruppe bietet die Möglichkeit der Ausbildung auch an. Und deshalb ist das ZDF natürlich für viele interessant, weil man ganz, ganz unterschiedliche Sachen hier lernen kann. Und da lohnt wahrscheinlich mein Blick auf unsere Seite ZDF.de, um genau zu gucken, welches die unterschiedlichen Bereiche sind und wie man sich da auch einbringen kann. Ich glaube, dass diese Jugendmedientage eine wahnsinnig gute Möglichkeit sind für junge Menschen, ganz unterschiedliche Bereiche des Journalismus kennenzulernen. Und ob das nun Moderation ist oder das Reporter-Dasein bei der Zeitung oder beim Radio, da reinzugucken und wirklich live on the job zu gucken, wie sowas funktioniert. Und für sich selber dann auch herauszufinden, ist das was, was ich wirklich in meinem Leben machen möchte. Ich bin heute dabei, weil ich mich gerne dafür engagiere, dass junge Menschen diese Chance bekommen und es gucken, was ihnen gefällt. Und ich bin dabei, weil ich gerne rüberbringen möchte, dass Moderation nicht einfach etwas ist. Man stellt sich da vor die Kamera, sieht gut aus und das ist es, sondern das ist viel damit zu tun, wir wollen etwas erzählen. Wir sind im Thema drin, wir recherchieren, wir kennen uns aus und wir sind Reporter im Studio, die daran interessiert sind, interessante Themen rüberzubringen und gut zu verkaufen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man ein Thema hat, für das man sich interessiert und über das man reden will. Und deshalb würde ich auch wahrscheinlich auch aus meiner eigenen Erfahrung dazu raten, vielleicht nicht das Studium Journalismus zu suchen, sondern sich ein Fachstudium zu suchen, das einen selber interessiert. Und nebenbei kann ich dann in Semesterferien oder in der Uni-Zeitung, Uni-Fernsehen, Uni-Radio-Erfahrungen sammeln, erste Schritte machen, denn ich glaube, viel von dem, was wir tun, ist wirklich Learning by Doing. Vor allen Dingen bringt einem so ein Fachstudium die Fähigkeit, sich in ein fremdes Thema schnell einzuarbeiten, das zu erfassen und dann weiterzuverarbeiten. Und ich glaube, das ist das auch, was bei vielen Journalisten wichtig ist, in neue Situationen kommen, Thema erfassen, sich da reinarbeiten und das dann weitererzählen. Und ich glaube, das ist letztendlich vom Studium viel wichtiger, was man mitnimmt, als nun, wann welcher Komponist geboren oder gestorben ist oder welcher amerikanische Präsident. Mehr als Worte. Dieses Motto lebten die Workshop-Teilnehmer bei der Produktion genauso wie das ZDF jeden Tag. Bilder sagen mehr als tausend Worte manchmal. Das kennt man ja, wenn man die Nachrichten anguckt und dann sehr beeindruckt ist von manchen Bildern. Bildern, die einen traurig machen, Bilder, die einen begeistern, Bilder, die einen sehr, sehr froh machen. Und es ist unser Beruf, das unverhaltsam, informativ und mit großer Leidenschaft zu den Zuschauern zu bringen. Und dafür arbeite ich jeden Tag, wie alle anderen hier im ZDF auch.